Hallo liebe Fabela iMac Zuschauer, Fabian hier. Heute mit einem Test zu Run Sanity. Bei Run Sanity handelt es sich mal wieder um eine Runner App, allerdings eine der gelungenen Sorte. Im Spiel übernimmt ihr die Kontrolle über Stan. Stan ist sehr beliebt und hat jede Menge Freunde. Der Nerd und Dux kann das nun so gar nicht ab und schickt Stan seinen Hund auf den Hals. Auf einer Party von Stan pinkelt Dux Vierbeiner nun allen Gästen ans Bein und verwandelt diese ebenfalls in Nerds. Stan kann entkommen, ist nun aber auf der Flucht vor dem Köter. Run Sanity bietet drei Spielmodi. Hauptaugenmerk dürfte auf dem Story-Modus liegen, der 20 Missionen bietet. Die Geschichte wird in netten Comic-Zwischen-Sequenzen erzählt. Darüber hinaus bietet das Spiel noch mit dem A-Card-Modus einen klassischen Endlos-Modus, bei dem ihr so weit wie möglich kommen müsst. Sehr interessant ist auch der Challenge-Modus, bei dem ihr eure Facebook-Freunde herausfordern könnt. Hier könnt ihr virtuelles Spielgeld auf euren Sieg setzen. Auf einer vorgegebenen Strecke versucht ihr so, so schnell wie möglich ans Ziel zu kommen. Euer Kumpel tritt anschließend gegen euren Geist an. Das Gameplay von Run Sanity ist sehr gelungen. Anders als viele aktuelle Runner-Titel haben die Entwickler bei Run Sanity nicht auf eine 3D-Perspektive gesetzt, sondern auf klassisches 2D, was diesem Titel sehr gut zu Gesicht steht. In bester Jump'n'Run-Manier springt ihr über Mülltonnen, Autos, Busse, Fußgänger und andere Hindernisse. Das erledigt ihr mit einem simplen Tab auf den Bildschirm. Leichter geht es nicht. Je erfolgreicher ihr über eure Hindernisse springt, desto mehr Geschwindigkeit baut ihr auf und desto höher werden eure Kombos sowie euer Highscore. Dabei solltet ihr noch die zahlreichen überall herumliegenden Münzen einsammeln, mit denen ihr euch im Shop mit neuen Items eindecken könnt, welche das Vorankommen beschleunigen. Mein Fazit. Run Sanity wird keinen Originalitätspreis gewinnen. Dafür kann der Titel mit ausgereiftem Gameplay, einer Super-Simple-Steuerung und Witzpunkten. Run Sanity zählt ohne Zweifel zu den besten Runnern der letzten Wochen. Insbesondere das gute alte Geist-System macht sich sehr gut bei einem Runner-Titel. Run Sanity ist gratis als Universal-App für iPod Touch, iPhone und iPad erhältlich.